Musik Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Video, wie ihr gratis 900.000 Dollar bekommen könnt. Dafür braucht ihr eine Arena und zwei gratis LLGs. Euer Freund, mit dem ihr diesen Glitch macht, also gesehen der Glitch ist Duo, nicht Solo. Der Freund geht einfach in einen Job für einen Titan und er wartet dann in dem Mini. Ihr wartet einfach kurz, bis euer Freund in den Job für einen Titan reingeladen ist. Und dann sagt euch einfach Bescheid, wann er in den Job für einen Titan reingeladen ist. So, wenn euer Freund euch dann Bescheid gesagt hat, steigt in einen LLG rein. Drückt einfach einmal Falltrasse nach rechts, damit ihr das Fahrzeug so gesehen modifizieren könnt. Wenn ihr dann angekommen seid in der Workshop, geht ihr einfach auf Verkaufen. Drückt noch einmal X, damit ihr bestätigen könnt. Dann drückt ihr Optionen, geht auf Online, geht auf Spieler. So, dann drückt ihr einfach einmal auf Spiel beitreten. Dann sagt ihr eurem Freund, er soll jetzt einfach einen Job für einen Titan verlassen. Dann warten wir jetzt kurz eine Zeit. Und ja Leute, wenn ihr euer Freund dann verlassen habt, drückt ihr zweimal schnell X. Dann wartet ihr so drei Sekunden. Dann drückt ihr einfach auf X. Dann wartet ihr kurz, bis ihr reingeladen werdet. Dann steigt einfach aus diesem LLG raus. Dann lauft ihr zu eurem anderen LLG. Steigt einfach ein. Dann müsstet ihr jetzt gleich sehen, dass es ein bisschen rumbackt, wenn ich jetzt Falltrasse nach rechts drücke. Da, ihr seht jetzt schon, ich werde jetzt reingeladen. Dann wird das jetzt ein bisschen rumlecken. Das ist normal. Ja, ihr seht jetzt, mein Charakter versucht jetzt da irgendwie das Auto da einzupacken. So, dann geht ihr einfach auf Aufrüsten. Drückt noch einmal X. Dann wartet ihr drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Dann verlässt ihr das wieder. Verlassen. Dann drückt ihr nochmal und drückt einfach auf Werkstatt verlassen. Wenn ihr dann auf Werkstatt verlassen gedrückt habt, wartet ihr kurz einen Augenblick. Und dann seht ihr schon oben, ich habe 858.000 bekommen. Und dann würde ich sagen, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video und tschau. Bis zum nächsten Video und tschau.